aber jetzt habt ihr auch neuen fehler hinterlegt 600er exzenter und dann gibt ihm einfach schleifen so guck dir das an das geht guck mal von der seite an so das werden wir jetzt reparieren dass das einfach nicht mehr weiß aussieht sieht doch viel schöner aus so hätte ich das vorher gewusst würde ich den wagen überhaupt nicht kaufen willkommen bei kfz fuci schön dass ich eingeschaltet habe heute geht es wieder um mein ml gestern abend waren wir ja bei mr do it live streamen wer es mitgekriegt hat waren wir da haben das auto von holger abgegeben hier nochmal schöne grüße an holger bleib gesund und ich hoffe du hast spaß an deinem auto das auto da gelassen natürlich musste ich kein anderes auto da gab was ich jetzt da lassen und ich und werner sind gestern gefahren und dann habe ich gemerkt es riecht voll nach gas das war nicht normal also wenn wir erstmal mal schauen ob der gas verliert oder war jetzt die verbrennung so dass er jetzt nach gas bestunden hat aber das war echt extrem gestern das werden wir auf jeden fall einmal anschauen das heißt er vielleicht gas ich weiß es noch nicht werden wir sehen also wenn wir den wagen heute einmal komplett aus lesen mal schauen was der uns sagt ja wir sind die scheinwaffer gewonnen ihr glaubt es nicht das war fünf minuten arbeit aber zeige ich euch gleich weil ich bin selber gespannt wie viele fehler anzeigen geht oder wie viele fehler gespeichert sind und vielleicht heruntergedreht wer weiß kann man auch sehen ml 55 amg 255 kw 15 und 19 2010 einmal unser gerät dran machen ich finde das noch ich finde das kloch so ich habe es gefunden zündung an wichtig beim auslesen dann gehen wir einfach system suche heißt komplett jetzt sucht er natürlich kompletten system raus hier sieht ihr gleich noch empfang jetzt hat er empfang aufgebaut auf jeden fall liefst du das ganze aus und natürlich wird das ganze dauern bei dem ist nicht zwei minuten gemacht wie viele systeme haben wir wir haben 15 systeme also er sucht nach 15 systeme verbaut sind elf stück ich gehe selber gespannt wie viele fehler es gibt was wir alles bearbeiten müssen und was auch nicht ist weil bei dem ist ja immer die kette wenn die kette bei dem ein problem ist der hat noch ein werden sensor oder cool wenn denn so das ist natürlich immer die indizien dann haben wir motorsteuerung null fehler amg da sind noch die robusten motoren auto nicht das anlage kann ich leider hier nicht auslesen weil gas anlage an separaten steuergerät natürlich und einen separaten abschluss können wir leider nicht werbergeil fehler sind ausgelesen motorsteuergerät keins dann haben wir getriebesteuergerät haben wir zwei verteilergetriebe haben wir 1 esb haben wir 9 klima nichts gefunden licht hammer 5 komischerweise kommen instrument haben wir drei intervall zurückstellung hat auch nichts gefunden so jetzt lesen wir den aus ich bin ich selber gespannt erstmal mototronik hat er ja nur gesagt aber trotzdem nicht das auslesen er hat ja irgendwas gespeichert null fehler ist das mal geil ist das mal geil jetzt sag mal bitte ml 55 amg 20 jahre alt läuft sowieso perfekt und er zeigt uns noch mal null fehler das ist einfach geil das hier dann nehmen wir mal getriebesteuergerät da bin ich mal gespannt was der uns da zeigen wird am getriebe fehlerspeicher weil kernbus steuergerät gestört formatik steuergerät gestört hm wann ist er aufgetreten sporadisch fehler vorhanden sporadisch ok gucken wir mal ob wir den löschen können weil ich habe keine probleme das dinge läuft einwandfrei eigentlich gucken wir mal ob wir das löschen können das system wurde nicht gelöscht aber fehler sind null das ist schon komisch er wurde gelöscht er wurde gelöscht ok ESB und so funktioniert ja auch den verstehe ich auch nicht rückfahrleuchten unterbrechung hätte ich das vorher gewusst würde ich den wagen überhaupt nicht kaufen die rückleuchten funktioniert nicht was funktioniert doch verteilergetriebe mal schauen was der uns da sagt stellmotor rückstellung unplausibel so ABS gucken wir uns an was er sagt weil ABS funktioniert eigentlich einwandbatteriespannung unbekannte ESB Lenkwinkel ich glaube dass das system einfach mal Unterspannung hatte und deswegen die ganzen Fehler rausgespuckt hat stellmotor vorne links Unterbrechung stellmotor vorne links Unterbrechung stellmotor rechts Unterbrechung links Unterbrechung Masse das hört sich voll nach Masse Kabel an hm so und das geile bei dem hier wir können eine Grundeinstellung machen von den lichtern ne ist geklebt und habe die sauber gemacht ich glaube ich habe Fernlicht an so nebenbei ne ja wir haben Fernlicht hier seht ihr Senon gut Senon schlecht ich glaube der ist einfach durchgebrannt das ist super da hole ich mir auf jeden Fall neun aber der sieht geil aus der nicht so Prüfstand beendet ah ok sind angelernt Scheinwerfer jetzt einstellen dann weiter mit Regen an der beendet verlassen Abbruch so und das war's Scheinwerfer im Bauch eingestellt weil die Scheinwerfer kennt ihr ja nicht ist ja Senon dieser Besenständer wird ersetzt durch das hier das ist auch das erste was ich hole diese Stoßdämpfer hier Geil die Dinger halten hehehe geil so das werden wir jetzt reparieren mit dem hier hat mir mal ein Kollege gegeben so machen wir ein bisschen drauf bisschen drauf bisschen da drauf dann nehmen wir das hier es gibt es auch nicht einatmen nicht einatmen nicht einatmen wie Scheiss das Ding ist krass hier nicht einatmen ganz wichtig so kann es loslassen das Ding ist schon krass da werde ich jetzt will auf jeden Fall den es machen hier ist wichtig ausgut hier guck mal das ist wichtig dass dieser Rahmen wieder schön passt weißt du dass ich den auch gleich schleifen kann ich will hier einmal schleifen und dann schauen wir mal ob wir die Scheinwerfer richtig geil hinkriegen aber eh die Dämpfer sind doch geil jetzt ne als erstes mache ich natürlich den Scheinwerfer sauber damit keine Brom Sachen drauf sind aber was ist das für Klappen hier oben ne ist ja egal das kriegst sowieso so Scheinwerfer haben wir jetzt ein bisschen sauber gemacht 600er Exzenter und dann gib ihm einfach schleifen wenn ihr ein Exzent habt das könnt ihr ja sicher auch mit der Hand machen mit 1000er sind wir rüber gegangen jetzt machen wir den noch einmal sauber das ist auch schon krass ne so und jetzt nehmen wir eine Politur jetzt gehen wir noch einmal mit der Politur rüber und dann schauen wir uns das an und wenn gut ist bleibt das so und dann gehen wir noch einmal mit der Politur rüber wenn nicht ja so weil dann das andere auch ne ja hoffen wir mal ne da ist krass keine 5 Minuten ne so ein Exzenter ey kriegt ihr für 20 Euro 600er Papier 1000er Papier und einmal Politur ihr braucht keine Plastikpolitur nehmen ich könnte auch eine ganz normale Politur nehmen hier ist in dem Fall eine Plastikpolitur aber ihr könnt auch eine ganz normale Politur nehmen eigentlich ey der sieht ja richtig gut aus wieder so der läuft jetzt einmal auf Gas Lecksuchspray drauf machen und mal schauen ob der irgendwo was verliert auf Gas ist er schon und hier sieht ihr wie er verliert achtet mal und das ist natürlich nicht gut das ist nicht gut hier ist alles in Ordnung da ist auch alles in Ordnung aber da da sieht ihr das und das mache ich jetzt sofort wow 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 Jungs sieht ihr das? ab vor der ab vor der Ich habe das jetzt einmal festgezogen, ist wieder auf Gas umgesprungen. Jetzt schauen wir noch mal. Und siehe da, der verliert nichts mehr. Seitlich zünderlich, haut drauf. Hier habe ich eine Schraube und da drunter habe ich eine lange Verlängerung mit Schrauben. Guckt, es wackelt nicht mehr. Super. So, jetzt habe ich das Ganze mal kurz verlegt. Das ist jetzt keine Meisterarbeit. Aber das Problem ist auch, ich möchte einfach nicht, dass er irgendwo dran haut. Hier unten hat er auch gerieben gehabt. Jetzt habe ich einmal hier drüber gemacht. Und einmal hier mit Kabelbinder ein bisschen festgemacht. Das Ganze habe ich hier festgehabt. Ich habe natürlich die ganzen Sachen vorne abgeschnitten. Weil die werden ja nach der Zeit hart. Und dann verlieren die auch dadurch. Deswegen müssen wir die Schellen auch wechseln. Aber ich habe leider diese Schellen nicht da gehabt. Ich dachte, ich habe die doch nicht. Oder ich habe es nicht gefunden. Jetzt habe ich die erstmal wieder drauf gemacht. So, dass wir es wieder fahren können. Weil das war schon ein Schreck. Also wenn ihr Gasanlagen habt, ehrlich. Rotation Spray ist keine Werbung. Ich habe es jetzt einfach geholt. Und wie gesagt, der verliert gar nichts mehr. Gut, jetzt habe ich natürlich 100 Kilometer gefahren. Das zählt jetzt nicht. Weil wir ja die ganze Zeit was verloren haben. Deswegen werde ich den jetzt nochmal voll tanken. Ich werde das nochmal resenden. Und danach werden wir nochmal 100 Kilometer fahren. Und mal schauen, wie viel er verbraucht auf Gas. Weil das interessiert mich auch. Hier sind die Teile. Die habe ich jetzt alle geholt gehabt. Was meint ihr, was ich dafür bezahlt habe? Und der am nähersten dran ist, kriegt von mir auf jeden Fall irgendwas. Irgendwas. Ich werde ihm irgendwas schenken. Aber nur einen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Kraftzeit-Tutzi. Bis dann. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. T�it. Tschüss. Tschüss. Aufpassen. Tine. Tja. Tschüss. Tschüss. Tja. Tja. Vielen Dank.